hallo na und freunde was geht ab heute gewinne ich heute muss ich gewinnen heute komme ich die phoenix aus der asche komme ich hoch weiß bescheid ich muss aber erstmal noch ein bisschen noch mal den zufallsmodus noch ein bisschen aussetzen also ich würde sagen du hattest jetzt schon lange nicht mehr italienische liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 holy moly das muss man sich mal reinziehen wir machen hier zu nein wir machen hier zufall das ist wir bedrücken schon zehnmal zufall damit irgendwas kommt das ist wie oft hast du schon brasilianische liga gehabt ich habe zweimal eine irre devise 1 2 3 4 5 10 oh ja wie es aber alles hoch hat euch drei feine nach oben da ist wie ich aber auch geflasht zweiter dritter ich komme nicht unter die einstelligen ich komme wieder bis gleich da so wieder vorne an die fans ja ich habe alles alles was rang und namen hat hat sich mal überlegt wie tessel gedreht die ab da sind wir dabei meine fresse ein glück wetten wir nicht auf spiele 10 10 10er pro tour alles klar kommen aus auto da wird das eine spiel beharrt gewesen das eine wenn einige spieler gewesen hier jetzt hier brauchen wir nicht erzählen kann man versuchen oder wir spielen die holländische herde also ein bisschen kiffen oder was alles ein bisschen lockerer sehen oh das ist ja der wahnsinn entführt einmal ruhig einmal marvin jetzt den genuss er muss das genießen taucht da drin ein marvin taucht da drin ein fehlet ne fehlet alter autofokus komplett siehst ja geht ja weil du an deiner cap gezippelt hast ja fokussiert oh ja 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 nur weil du dich schon so gut mit der liga auskennst ja genau weil ich quasi vertraut bin mit den ganzen mannschaften ja weiß welche spieler gut sind ich bin der scout für die die ganze vereine das ist ja nur voll und das gibt noch nicht mal vorteil der fähre nicht umsonst oben oder was hier das ist ein faul der den wollte doch nur da brauche ich die mal das ist ja wieder nummer neun jawohl alle diese tore wollte ich nicht mehr machen alleine diese tore wollte ich nicht mehr so ich jetzt dann abbrechen und wieder rückwärts spielen oder was du hast gesagt so wie beim streetbasketball du hast gesagt rüberspielen ist richtig ich habe nicht rübergespielt ich habe aufs tor geschaut super gespielt ich führe zur halbzeit und wem meinte ich dich was ob ich dich meinte wissen von mir rede doch nicht schweine reden auch nicht brasilianische supervereine jetzt geht's los todeskisch alles klar 2 1 jawohl jetzt weiß ich alle zu mir sagen ich weiß marien da holt er raus da ist einfach meine maschine du darfst auch nichts mehr sagen da ist einfach auch meine maschine ganz einfach hier guck hier beste torhüter im spiel passt fair der ist aber da marvin greiser hat ihn der harmoniert mit dem verteidiger ich stehe das mikro stumm also ich glaube nicht dass ich das mit elf mal beenden kann das spiel ich hätte es gemacht ganz ehrlich aber wir haben letztes mal gesagt das macht man nicht und da habe ich gedacht okay warum willst du den anspielen das verstehe ich nicht der in der mitte läuft doch viel besser und sagt vor gut einfach irgendwas gedrückt wer du ja ich so richtig so wie bei tecken früher weißt du einfach stur hat geklappt das ganze spiel das ist eigentlich immer voll es geht bei mir auch wieder irgendwas gedrückt zufällig die ball bekommen da jetzt durch ja ja das macht die brasilianische liga 3 0 dort guck dir das an jetzt kommt die neue technik frank denkt sich es gibt nur noch ein gas und das ist voll gas guck dir das an torwart ja ist okay ist okay ich habe vorhin auch so ein tor geschossen guck mal der andere weg kapiert es nicht ne der hat es nicht verstanden yeah toll machst du das aber guck mal es war nicht genug da ja es war nicht genug der hat mir geratet ey das hat recht noch mal guck mal die menge getobt die die bei dir wahnsinn die freuen sich ja guck mal den hätte ich eigentlich machen müssen so gut gehalten oder hat er den so gemacht ja guck mal wo er sein bein hat ja das sind gummimenschen bei mir der hat eine krankheit aber das talent das hast nur du gesehen deswegen gespielt ja der war in der zweiten als strengeputzer weil er auch unter die schränke kommt da hab ich gedacht nee total lecker hast du nicht verstanden oh der hat potenzial uiuiui wie dir seine hände kannst du das auch mit dem füllen ja ja als strengeputzer ey das ist klar lauf mit lauf da bloß mit wie kann man jetzt ist das zweite tor ich lauf extra mit dem mit der hat einen mega vorschwung kommt und passt überholt er ihn die schnellste 93 mann nein guck dir das doch mal an du leuchtigen kannst du sein ey denn das sieht natürlich ja ich weiß das sieht natürlich nicht mehr so aus weil der ist schon 8 km weg genau genau dann du bist ihm quasi von meinem eigenen 16 her die ganze zeit war dir auf einer linie ja aber dann ja ich hatte vorsprung sogar das macht das ganze noch schlimmer ja warum spielen wir eigentlich immer den an der am langsamsten ist ich glaube es irgendwie da ist er ich ja genau genau ich weiß Marvin da ist er ja hast du das gesehen hast du dieses scheiße gesehen und da ist das dritte oh mann junge du bist so blind ey ich hätte laufen sollen oder kann ich nicht eigentlich auch mal souverän gewinnen ja ist doch noch hast du nicht gewonnen ist ist doch Marvin noch hast du nicht gewonnen ich hast du nicht ja stimmt wo schießt denn der hin ja 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 wie lange habe ich noch ich habe gewonnen ach eins mal halleluja 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 oh ich habe gewonnen oh holländisch äh liga vernichtet 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 äh 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 alter Ja, ist okay. Der schmeckt. Er hat mich doch nicht. Er vernichtet. Drei Tore. Keine Chance. Die drei Tore kannst du dir auf so ein kleines Guthaben konntest du ja auch ploppen lassen. Und daneben kommen meine beiden. Ich weiß nicht, wovon du wählst. Ich auch nicht. So Freunde, wenn euch dieser Sieg auch so geschmeckt hat wie mir, oder? Dann immer fleißig auf Gefällt mir drücken, ne? Macht mal. Ist alles okay. Freut euch für Marvin. Ich freue mich auch ein bisschen. Ist aber in Ordnung. Okay. All die Haare, Freundin. Ich hab die brasilianische Liga bald durch. Und dann ist alles gut. Ist klar. All die Haare. Lass uns reden. Weisst du kannst aber den Whyü. W Reid, Appel kann ich mitnehmen, Was ist das, für alle? Für mich überlegen. Was ist das?